Die Brücke runterlassen, machen die Tür zur Fake Prinzessin schon mal auf, damit wir dann rein können. Ich weiß nicht ob das klappt mit der Fake Prinzessin, aber das machen wir dann. Wir machen das schon mal auf. Wenn wir dann noch einen Weg finden würden, der schneller ist als ganz zurück. Wetter links, aber Achtung Abgrund schiebst du. Wenn wir dann zurück zur Kammer kommen, zum Bier. Wir gucken mal hier links, ich schau mich mal um hier. Ah, ok. Ich habe eine Idee. Wenn du bei dem Wasserfall aufpasst, nicht runterfassen, Spaß für gute Zeit. Ja. Das ist ja die Brücke runterfahren, der Prinzessin die Tür aufmachen, Fake Prinzessin. Hier sparen wir kurz Zeit, wenn wir die Brücke unten haben, kriegen wir das hin. Das war knapp schon mit dem Fahrstuhl. Wenn wir rechts jetzt zum Fahrstuhl kommen, dann wird das was. So, hier hoch. Jetzt holen wir uns das. Nein, verdammt. Jetzt holen wir uns das. Noch nicht das Bier holen. Dann lassen wir die Prozessen die Tür aufmachen. Dann gehen wir hier noch mal runter. Eine extra Tour. Wenn wir hier so gut springen, mit dem Bier, dann haben wir schon ein bisschen Zeit gespart. Dann den Fahrstuhl. Dann den Fahrstuhl. Ich mach das Tür auf. Das war jetzt dumm. Ich hoffe das geht jetzt noch, die ist da noch drin und taucht nicht ab. Fahrstuhl bereitstellen. So, jetzt ein bisschen Action. Dann schaffen wir das. Eine 98 Komma. Hier darf man nicht reinfallen. Das ist, wenn wir dort landen. Dann sehen wir uns mit dem Videoin. Dann können wir das. Dann gehen wir da an! Dann gehen wir da an! Dann gehen wir da an! So, und Action! Ich schaue jetzt nicht auf den Chat und konzentriere mich hier drauf. Oha, der hat uns keinen Schaden gemacht. Es war eigentlich schlecht gefallen, aber wenn es hier gut und Zeit sind, ja, nicht schlecht. Dürfte machbar sein. Viertel Bier noch. Das Mimic war nicht böse, es war nur durstig. Das mitgebrachte Bier von Aqua Hugo war alles, was nötig war, um es zu besänftigen. Ich habe noch meinen Herzen verkriegt. Ja, es war endlich ruhig. Na danke. Aber Junge, dieser Held sah unglaublich lecker aus. Aber du würdest doch keinen Freund essen, oder? Spannungspunkte in 8900. Ich habe es eigentlich kommen sehen, dass da jetzt noch... Du musst, Entschuldigung, die Tür nicht aufmachen. Knopf erreichen reicht. Ah, ok. Ah, ist jetzt wurscht. Jahrhundertneuen Tag, 61. Aqua Hugo machte sich Sorgen, dass sein neues Haustier wieder durstig werden könnte. Verließ sein Haus auf der Suche nach Getränken und Abenteuer. Oh, wir haben ein neues Haustier. Ist ja lustig. Schrei mir bloß nicht. Ich werde mir aber noch mal ein neues Haustier suchen. Sars. Das ist so den Stand. Helden würde ich gerne spielen. Zum Ende nochmal. So, da müssen wir natürlich auch den Namen ändern. Wie hieß denn denn nochmal der Hauptcard? Ich glaube Tim hieß der. Tim. Der Magic Tim. So. Na dann. Als erstes nehmen wir das Schwert der Legenden. Und wir nennen ihn einfach Zwergi. Zwergi. Zwergi aus. Sehr schön. Streicheln können wir nicht. Okay. Dann versuchen wir mal. Versuchen wir mal dem König was dessen zu bringen. Es ist jetzt ein bisschen Zeit. Zeitproblematisch. Ich versuche hier schon aufzuräumen. damit wir hier nicht nachher durch ein Problem kriegen. Es ist nur ein Leben. Es ist natürlich schlecht. Ja es ist ja der. Komm. Ja komm. Das muss mal ein bisschen Timing machen. Aber es ging hin. Okay. Wo war das? Wo war die? Ich glaube das Bier war hier an dieser Tor. Ja das Bier war an dieser Tor. So. Wo ist dein Bier? So. Jetzt schnell zurück. Das war schon schlecht. Na komm rüber hier. Rüber hier. Rüber hier. Rüber hier. Rüber hier. Es geht eigentlich noch schneller. Aber. So. Vielleicht mal springen. Hops. Sehr gut. Es läuft hier spitze. Jetzt schnell. Ja. Das schaffen wir. 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 Nice. Geschafft. Auf Anhieb Fürstetoi. Zwing hatte sich wirklich den Arsch aufgerissen, um dem König das Bier rechtzeitig zu liefern. Leider mochte er kein warmes Bier und ließ zwängig verhaften, wenn er die Lebensmittelqualitätsstandards des Königreichs nicht eingehalten hatte. Och Mensch. Dann reiß ich mir den Arsch auf, um dem König sein Bier zu holen. Das ist die Scheiße. Mensch. Keine Dankbarkeit hier. Fünf Jahre später. Fünf Jahre später. In den 99. Gut. Dann machen wir schon mal einen Plan, was wir danach machen. Was war jetzt hier nach 10 Minuten Steam. Zwegi musste jahrelang für die gesamte Armee brauen, um seinen Fehler auszugleichen. Bitte war es endlich soweit, die Brauerei zu verlassen und zum Abendhör zurückzukehren. Ja, 114 Tag, 166. Okay. Ich bin Braumeister. Oder Kochoutfits. Das passt jetzt relativ wenig bei mir. Kannst auch Bier kochen, aber... So. Jetzt haben wir hier... Einen entscheidenden Hinweis wäre jetzt natürlich noch geil. Jetzt haben wir Ending 100. In Westfahrtzeichen. Und ich weiß von einem Ending 101, aber... Und ich weiß von einem Ending 101. Und ich weiß von einem Ending 101. Aber... Puh. Wie war das zu kriegen? Einen weiß ich auch nicht. Schauen wir mal. 6% aller Helden sind soweit gekommen. Yay. Na dann Ende Nummer 100. Das kann ja jetzt nur noch mal episch werden. Da müssen wir natürlich mal die Helden hier nehmen. So... Tun wir mal so, als würde ich nicht die komplette Lesung lesen. Und... Geben uns hier mal ein Werk hinauf. Und wo wir uns die Schaufel... Und kamen uns hier durch. So... Ähm... Lass mal nachdenken. Ähm... Ähm... Beim Drachen waren wir schon. Da haben wir schon alles nichts gemacht. Da kommen wir auch nicht mehr hoch, oder? Tja... Ähm... Da gehe ich mal durch einen anderen Eingang. Hm... Okay. Oh... Ähm... Ähm... Gut. Da wollte ich glaube ich hin. Nein. Da würde ich nicht hin. Hier gibt es diesen Raum, von dem wir dort finden, wo wir alle Rubine haben, aber haben wir schon alle Kristalle gesammelt? Das ist hier die Frage. Kommen wir hier einfach durch, um zerpatched zu werden? Ich kann mich erinnern, wo wir zerpatched wurden. Okay. Oh ja, wir haben alle vier Edelsteine. Okay, na dann. Kommen wir her zu dem mysteriösen Edelstein. Du erhältst die Tetra-Kugel. Und nun? Und so sammelte Zwege alle vier Elementarkuren und stellte das Gleichgewicht des Königreichs wieder her. Ende. Punkt, Punkt, Punkt. Ende. Klar, ich bin mit diesem Ende rundum zufrieden. Auf keinen Fall. Ich möchte mehr Action. Das sind wahrscheinlich die beiden Endings, die wir jetzt haben. Set Ending 100. Ich bin zufrieden. Katja, ich bin zufrieden. Aha, okay. Gibt es kein 100 Disending. Bis zum nächsten Mal.